Moin Leute und herzlich willkommen. Ich will euch nur sagen, dass der Stream nicht funktioniert. Da meine Mutter irgendwie irgendwas will, kein Plan, interessiert mich auch nicht wirklich, fuckt mich nur ziemlich ab und auch irgendwie funktioniert mein Stream-Programm nicht, Twitch will mich auf den Arm nehmen, keine Ahnung. Ich bin gerade völlig fertig, ich könnte hier alles an die Wand klatschen, weil immer wenn ich streamen will, funktioniert irgendwas nicht und dann würde ich auch sagen, dass das Abo-Special heute noch kommt, Monster Legends und Schlosskonflikt kommt heute auch noch, nur der Stream fällt heute aus. Ich will gucken, ob ich irgendwas da machen kann, damit der Stream vielleicht nächste Woche dann nochmal kommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschau Leute!